Hallo zu einem neuen Video. In der Welt der Datenverarbeitung ist Microsoft Excel unbestritten eine der vielseitigsten Anwendungen. Es gibt jedoch eine Funktion, die oft übersehen wird, aber erhebliche Auswirkungen auf die Dateneingabe und Analyse haben kann. Die Excel-Dropdown-Liste mit Mehrfachauswahl. Mit dieser Funktion kann die Dateneingabe flexibler und effizienter gestaltet werden, ohne komplizierte Tabellenstrukturen zu erstellen. In diesem Video sehen wir uns diese leistungsstarke Funktion in Microsoft Excel gemeinsam näher an, um die Dateneingabe zu vereinfachen und die Qualität deiner Daten zu verbessern. Dazu habe ich uns folgende Idee mitgebracht und zwar erstellen wir nun ein komplett neues Arbeitsblatt und definieren zunächst unsere möglichen Auswahlelemente. Ich schreibe hier als Überschrift Auswahl und dann nehmen wir zum Beispiel Äpfel, Bananen, Orangen, Kiwi und mit dieser Auswahl möchte ich nun eine Mehrfachauswahl erzielen. Zunächst definieren wir eine einfache Auswahl. Das können wir damit bewerkstelligen, wenn wir uns eine bestimmte Zelle selektieren, in der wir die Auswahl durchführen möchten, und zwar hier die Zelle C6. Und als nächstes können wir nun über die Datenfunktion unter Datentools die Option Datenprüfung ausführen und dort gibt es nun den Gültigkeitskriterien, einen zulassen Konfiguration, in der wir die Liste auswählen. Dort geben wir dann die Quelle unserer Auswahlmöglichkeiten an und wenn wir diese bestätigen, können wir nun entsprechend einzelne Elemente auswählen. Damit wir uns aber damit nicht zufrieden geben, sondern wir möchten ja eine Mehrfachauswahl, sprich ich möchte sowohl Bananen als auch Orangen oder auch Kiwi in einer bzw. in einer Mehrfachauswahl selektieren können. Dazu können wir wie folgt vorgehen, und zwar indem ich hier zunächst mal in den VBA-Modus umschalte. Du kannst es mit einem Rechtsklick auf das entsprechende Arbeitsblatt und dort auf Code-Anzeigen klicken. Nun befinden wir uns im Microsoft Visual Basic for Applications, sprich der VBA-Entwicklungsmodus. Dort können wir Programmiercode hinterlegen und diesen werden wir nun entsprechend einfügen. Ich werde den Code nicht einzeln durchgehen, sondern du kannst diesen übernehmen und in deiner Excel-Arbeitsmappe verwenden. Und zwar kopiere ich den entsprechend hier herein. Mit diesem VBA-Code wird entsprechend eine Mehrfachauswahl erreicht. Ich schließe nun diesen VBA-Modus und befinde mich nun wieder zurück in unserem Arbeitsblatt und werde dort jetzt versuchen, eine Mehrfachauswahl zu selektieren. Und zwar hier möchte ich noch die Orangen und wie wir sehen, werden bereits mehrere ausgewählt oder Bananen. Und wir sehen bereits, dass diese Mehrfachauswahl funktioniert und kann, wie hier zu sehen, mehrere auswählen. Ich kann diese auch wieder löschen und wieder von vorne beginnen. Zum Beispiel Bananen und Kiwi und wir erhalten nun diese Mehrfachauswahl. Beim Speichern dieses Arbeitsblattes bitte sicherstellen, dass die Datei anstatt eines herkömmlichen Excel-Endung wie xlsx die Endung xlsm hat, damit auch das Makro mitgespeichert wird. Da ansonsten, wie gesagt, das Makro nicht ausgeführt werden kann und dann auch die Mehrfachauswahl nicht in deinem Arbeitsblatt funktioniert. Falls du Fragen hast, hinterlasse mir einfach einen Kommentar und bitte nicht vergessen, diesen Kanal kostenlos zu abonnieren, damit ich noch mehr Videos anbieten kann. Und bedanke mich sehr herzlich bei allen, die diesen Kanal dadurch unterstützen. Vielen Dank! Und ich würde mich sehr freuen, wenn du auch im nächsten Video mit dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und viel Erfolg! Bis dahin wünsche ich dir alles Gute!